Ich bin der Fritz Kindl, habe in Wien studiert, in der Grafischen Lehrenversuchsanstalt, war dann eigentlich 40 Jahre in der Werbung tätig und bin erst jetzt wieder zurückgekommen in den Kunstmarkt. Seither habe ich schon einige Ausstellungen gemacht, in Wien natürlich, in New York, auch in Dubai, bin jetzt hier eingeladen. Dafür bedanke ich mich recht herzlich.